Hallo zusammen! Wir bauen ein Feuerwehrauto zu einem Expeditionsmobil aus. Im Innenraum sind wir schon ziemlich weit gekommen, aber eine Sache fehlt noch. Die seht ihr zwar jetzt hier oben noch nicht, aber wir wollen euch alles vorwegnehmen. Es geht auf jeden Fall um Ventilatoren und das kommt jetzt im Video. Wer uns schon ein bisschen verfolgt, der weiß, wir recherchieren uns immer zuerst die Fingerwund und kaufen dann das teuerste, was auf dem Markt zu haben ist. Nein, Spaß. So nicht. Wir versuchen immer was günstiges zu finden und genauso auch bei den 12-Volt-Ventilatoren. Wir wollen nach Afrika, da wird es teilweise schweineheiß und da wir uns keine Klimaanlage einbauen wollten und auch vom Stromkonzept gar nicht einbauen können, müssen wir irgendwie für Luftumwälzung im Mobil sorgen. Sprich, in der Kabine, auch wenn wir schlafen, muss sich irgendwie Luft bewegen, sprich Ventilator. Lange recherchiert, viele Videos angeguckt und dann zu dem Schluss gekommen, dass wir wieder was kaufen müssen, was doch irgendwie teuer ist. In diesem ganzen Ausbaubereich ist es einfach der absolute Irrsinn, was man für die Teile bezahlt. Aber was wir jetzt gefunden haben und was ich heute mit euch einbauen möchte, ist, glaube ich, echt ein super Teil. Und ich lüfte es mal. Es ist der Sirocco 2. Wer sich schon mal mit Ventilatoren beschäftigt hat, weiß, das Ding ist teuer. Ja, gerade weil man es importieren muss, beziehungsweise von den Lieferanten in Deutschland, von denen man es bekommt. Die haben es auch importiert. Aber es hat ein paar Features. Die sind echt genial und gut durchdacht. Und dazu kommt noch, dass er sehr leise ist und dabei wenig Energie verbraucht und viel Luft umwälzt. Also kann schon eine Menge das Teil. Aber packen wir es erst mal aus. Gucken wir mal, was hier in der Box drin ist. Einmal der Ventilator selber. Dann ein Handbuch natürlich. Und was kommt hier noch so aus? Schräubchen und so eine Basisplatte, auf der man den Ventilator hier installieren kann. Aber bevor wir das Teil zusammen einbauen, vielleicht mal zu ein paar Features, warum wir den auch bestellt haben. Wir haben ihn noch nicht getestet. Er ist noch nicht eingebaut, wie ihr seht. Deswegen wissen wir auch noch nicht, wie er letztlich die Luft dann transportiert. Aber die wichtigsten Features von dem, die wir überzeugend fanden. Ihr seht hier diesen kleinen Hebel. Mit dem kann man den ausrasten und in allen Positionen arretieren wieder. Das heißt, man kann sich den auch zum Beispiel so an die Wand machen und dann wegklappen und festmachen. Und dann ist der an der Wand und bleibt auch an der Wand. Das ist sehr gut. Wenn man den jetzt so einstellt, kann man den zusätzlich in alle Richtungen verdrehen. Das heißt, 360 Grad, man kann diesen Lüfter quasi hindrehen, wo man möchte und kann sich den Luftstrom damit auch dahin drehen, wo man ihn braucht. Was auch wirklich clever gelöst ist, hier seht ihr vielleicht, sind so verschiedene Zahlen drauf. 12, 9, 6, 3. Was heißt die? Der hat eine Timer-Funktion. Man kann den auf 3, 6, 9 und 12 Stunden Timer-Funktion stellen und danach geht der automatisch aus. Das heißt, wenn ich ins Bett gehe, es ist wahnsinnig heiß und ich will ihn nicht die ganze Nacht durchlaufen lassen, dann stelle ich zum Beispiel auf 3 Stunden oder auf 6 Stunden, lasse mich schön kühlen und wenn ich morgens aufwache, ist wahrscheinlich die Temperatur auch schon gefallen und der Lüfter ist aus. Da haben sie auch wieder nachgedacht. Dieser Fuß hat diese Einstellung für Timer und die An- und Ausschaltfunktion auf beiden Seiten. Das heißt, egal wie man den montiert, man kommt immer an diese beiden Knöpfe dran. Super clever finde ich, weil bei unserer Einbausituation, werde ich euch auch gleich zeigen, ist das relevant. Wir kommen nur von einer Seite ran. Deswegen, auch hier total clever gemacht. Der hat drei Stufen und unglaublicherweise, ich habe auch nicht geglaubt, auf 12 Volt verbraucht der auf der höchsten Stufe nur 0,35 Ampere. Also quasi gar nichts. Ich schätze von da, wo der eingebaut wird bis zu den Batterien, 5 bis 6 Meter Kabel. Ich habe das mal in den Kabelquerschnittsrechner eingehackt und da komme ich auf 0,6 Quadrat. Also ich kann auch ganz dünne Kabel für den nehmen zur Verkabelung. Das ist clever gelöst. Was dann noch zusätzlich wirklich clever gelöst ist, ist diese Basisplatte, auf der der angebracht wird. Warum clever gelöst? Einmal seht ihr hier unten diese zwei Schrauben. Das sind Plus und Minus. Das heißt, die müssen nicht zwangsläufig irgendwo zur Seite raus, die Kabel. Ich kann die auch zum Beispiel auf ein Brett schrauben und dann die Kabel durchführen. In der Platte selber sind nämlich auch nochmal Löcher, wo die Kabel dann durchgeführt werden können. Außerdem sehr clever, diese Platte rastet hier hinten. Die schiebt man ein, dann zieht man die ein bisschen zur Seite, dann rastet die ein. Dann legt man hier unten zwei Muttern rein und schraubt von oben durch. Und diese Schrauben kriegt man natürlich immer wieder raus. Das heißt, man kann den immer wieder von dieser Basisplatte runterziehen und damit warten oder die Kabel nochmal abschrauben und dann woanders zur Not auch verbauen. In der Basisplatte selber sind zwei, vier, sechs Möglichkeiten, den festzuschrauben. Also diese Platte hier wird, wenn man es nicht ganz dumm anstellt, wahnsinnig gut auf einer Wand halten. Zusätzlich ist hier auch noch so ein Mounting-Tape dabei. Das ist ein doppelseitiges Klebeband letztlich. Damit kann man diese Basisplatte mal festmachen, um mal zu gucken, wo könnte der gut positioniert sein, wo passt der gut. Schreiben Sie eine Anleitung allerdings, dass das hier nicht für die Montage gut ist. Hat einfach nicht genug Haltekraft. Noch ein Feature, was ich an dem gut finde. Der hat ja relativ ein großes Gitter, also man kann da auch mal rein langen aus Versehen. Die Rotorblätter hier sind allerdings aus Gummi. Und die Kanten sind auch nicht scharf. Das heißt, man kann da bestimmt auch mal seinen Finger gegenhalten, ohne dass man sich hier gleich dran verletzt. Und das ist auch wichtig, gerade wenn man auch mit Kindern unterwegs ist zum Beispiel. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken uns erst mal an, wo macht der eigentlich Sinn hinzubauen. Und dann bauen wir den mal ein. Und wenn man sich jetzt hier mal in der Kabine umguckt, dann bei einem Ventilator ist, glaube ich, der perfekte Ort. Da oben in der Ecke, hinter den Oberschränken. Wir legen mit dem Kopf wahrscheinlich meistens da. Wenn wir mal an einem See stehen, wird das die Seite sein, die Beifahrerseite, die eher geneigt ist. Das heißt, Kopf immer hoch und der Ventilator wahrscheinlich am besten am Fußende. Da haben wir auch ausreichend Platz. Hier hinter dem Oberschrank ist nämlich noch dieser Platz zur Verfügung, wo wir eigentlich nur ein kleines Regal reinbauen wollten. Aber da passt der hier jetzt eigentlich perfekt rein. Plus, wir haben hier hinten den Eckkabelkanal, wo ich dann auch gleich nach unten komme an die Batterien. Das heißt, hier sollte der hin. Und was ich mich jetzt gerade noch frage ist, nach unten oder zur Seite? Also es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder hier, dann kann man den auch schön drehen. Hier. Oder hier an der Seite. Dann kann ich ihn eventuell aber nicht mehr so gut auf den Kopf ausrichten. Wobei ich ihn auch so stellen könnte. Und dann so. Würde auch gehen. Zur Montage steckt man natürlich zuerst die Muttern hier unten rein, weil da kommen wir ja nicht mehr ran, wenn man das einmal raufgeschraubt hat. Das hier ist quasi die Bodenseite und da kommt dann später der Ventilator drauf. Und ich habe mir hier noch so Sicherungsmuttern reingesteckt, weil letztlich hängt der Ventilator dann an der Bodenplatte bei diesen zwei Schrauben hier. Und da wir viel Rüttel haben beim Fahren, wollte ich nicht, dass die rauskommen. Die stehen ein bisschen über, aber das ist nicht so schlimm. Dann noch die richtigen Schrauben. Die werden nicht mitgeliefert. Der Hersteller kann auch nicht wissen, wo ihr reinschrauben wollt. Da habe ich mir jetzt die richtigen besorgt, die nicht tiefer als 12 mm sind, weil unsere Oberschränke sind ja aus 12 mm. Wer das Video noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch natürlich oben. Die Vergabelung muss als nächstes passieren. Ist ja wie gesagt auch relativ einfach. Das sind hier die mitgelieferten Kabel, die könnte man hier einfach direkt anschließen. Jetzt ist das natürlich für mich viel zu kurz und bevor ich mir hier ständig verschiedene Kabel wieder aneinander verbinde und dann auch noch mit verschiedenen Kabelquerschnitten, nehme ich einfach das, von dem ich viel da habe. Jetzt habe ich die ganze Zeit von dünnen Kabelquerschnitten philosophiert. Was habe ich da? 2,5. Naja, ich habe mal geguckt, die Kabel passen hier noch in diese Führung rein. Das heißt, damit ich nur ein Kabel verwenden muss und das durchziehen kann, nehme ich einfach das Dicke. Das Gerät stürzt mit Sicherheit nicht. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, dass ich mir das Kabel hier nochmal richtig den Mantel abmache. Dann müssen wir jetzt die Kabel eigentlich nur noch richtig zuschneiden, damit die die richtige Länge haben. Dann nehmen wir den Minus. Plus hier. Kursschirm geschenkt. Nennt mich paranoid, aber ich mag diese Muttern nicht. Wo immer es geht, ersetze ich diese Muttern durch selbstsichernde Muttern, auch in diesem Fall. So, mit einer etwas seltsamen Kabelführung hat das dann letztlich geklappt und jetzt müssen wir das eigentlich mal an die Wand ran bringen. Kabel haben wir jetzt durchgesteckt. Hier oben ist der Eckkanal vom Bett, der endet hier. Und dann geht es hier im Kabelkanal. Boah, schon echt eine Menge dran. Da geht es von hier rüber. Einmal kurz runter und dann abhängig ist das Koppel zu den Batterien. So viel Schwein muss man mal haben. Also normalerweise sind die Kabel am Ende entweder viel zu kurz oder viel zu lang. Meistens zu kurz, dann muss ich sie verlängern. Total nervig. In diesem Fall passt es total perfekt. Also das ist mir glaube ich noch nie passiert. Anyways, wir sind jetzt hier komplett durch. Heck, Sitzgruppe. Und hier ist die 2 Volt verteilung, die wir noch einbauen mussten, weil die erste, ihr seht's, offensichtlich überlaufen, der Laden. Und deswegen muss hier noch ein zweiter rein. Und da wird das jetzt hier angeschlossen. Noch eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist die Kabel zu beschriften. Und man findet nachher nichts mehr wieder. Jetzt habe ich keine 1A-Sicherung mehr. Zwei wird's auch tun. Bei 2,5 Quadratmeter Kabel, was völlig überdimensioniert ist, sind wir damit immer noch gut unterwegs. All right, die Verkabelung ist angeschlossen. Er hat Strom. Jetzt wollen wir mal gucken, was da ankommt. Ich meine, im Gesamtbild, also wirklich dezent ist der jetzt nicht. Das ist schon ein ziemlich monströses Ding da hinten dran. Aber er soll ja auch ein bisschen was leisten. Mal gucken, was passiert. Erst mal einschalten. So, machen wir mal hier an. Bums, Stufe 1. Ja, ziemlich leise. Merkst du wahrscheinlich auch nichts, oder? Doch, ein bisschen. Ein bisschen? Okay. Wir machen Stufe 2. Da kommt schon ein bisschen mehr. Und? Stromfrisur ist noch nicht, aber geht schon. So, Stufe 3. Ja, da geht schon einiges. Da kommt schon ordentlich was. Kommt was an. Aber es ist jetzt keine Sturfsversuch. Zum Pennen, was willst du sagen? Zum Pennen ist es, glaube ich, angenehm. Weil man nicht so... Weil es überfasst ein bisschen viel, ne? So, wir machen jetzt noch mal ein, zwei Tests. Erster Test wäre mal, wie laut wird denn das Ding? Das heißt, da muss ich aufhören zu quatschen. Normalerweise haben wir hier so 42 GB drin oder sowas. Jetzt machen wir den mal an auf erster Stufe. Gucken wir mal, was der dann sagt hier. Ist natürlich alles hier nicht geeicht und so. Einfaches Messinstrument, aber zum Eindruck, glaube ich, reicht es. 38 dB haben wir normal. Erste Stufe sowas um die 48. Zweite Stufe sowas um die 53. Und dann sowas um die 59. Okay, ist immer ein bisschen schwer darzustellen, wie stark ist das wirklich. Gott sei Dank bin ich E-Zigaretten-Dampfer. Deswegen blase ich da jetzt einfach mal kräftig rein und gucken, wie das aussieht. Also, Stufe 3 und dann geht's. Kurzes Fazit. Nach dem Einbau, das Teil ist auf jeden Fall ziemlich genial von den Funktionen her und so. Wir haben jetzt keine Vergleiche großartig gemacht oder so. Aber ich finde, das Ding ist gut. Ob jemand dafür 200 Euro ausgeben will, ist natürlich jedem selber überlassen. Ist eine ganze Menge Geld für einen einfachen Ventilator, der hauptsächlich auch aus Plastik besteht. Aber ich glaube, wir werden mit dem Ding happy und vor allen Dingen auch im Sommer jetzt gut gekühlt. Insofern, bleibt dran, folgt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss!